Herzlich Willkommen in diesem Video geht es um die drei besten Kosmetik-Adventskalender. Das High-End-Produkt in unserem Kosmetik-Adventskalender-Test geht an den Nivea Adventskalender. 24 hochwertige Nivea-Pflegeprodukte und praktische Accessoires warten hinter 24 Türchen im festlichen Design. Die Nivea-Produkte in diesem Beauty-Adventskalender überzeugen mit ihrer Pflegewirkung und der bewährten Nivea-Qualität. Zusätzlich zu den Nivea-Produkten enthält der Adventskalender praktische Accessoires wie einen Beautyblender oder ein Seifensäckchen. Der besondere Adventskalender enthält 24 pflegende Produkte, um anderen eine Freude zu machen oder sich selbst zu beschenken. 24 hochwertige Nivea-Pflegeprodukte und praktische Accessoires warten hinter 24 Türchen im festlichen Design. Die Nivea-Produkte in diesem Beauty-Adventskalender überzeugen mit ihrer Pflegewirkung und der bewährten Nivea-Qualität. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist der Douglas Kosmetik-Adventskalender. Der Adventskalender wird in einer schlichten und diskreten Verpackung geliefert, der den Inhalt des Paketes nicht zeigt, ideal zum Verschenken. Ein wesentlicher Vorteil zu anderen Angeboten auf Amazon, bei denen auf Produktwerbung auf dem Versandkarton nicht verzichtet wird. Machen Sie sich selbst oder Ihren Lieben eine Freude mit luxuriösen Überraschungen von Oriana Grande, Anayake, Biotolin und weiteren einzigartigen Brains, die Beauty-Herzen hörschlagen lassen. Sie möchten vor Ihrem Kauf wissen, welche Beauty-Produkte in diesem Adventskalender enthalten sind. Erne verraten wir es in den Produktfotos. Vorsicht Spoiler, bitte nur anhören, wenn Sie diesen Adventskalender verschenken möchten. Inklusive Filaba-Reinigungstücher 7er Pack im Wert von 9,95 Euro. Gesamtwert von 200 Euro. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Kosmetik-Adventskalender-Test ist der Bavaria Home Adventskalender. Elegant gestalteter Weihnachtskalender mit einer vielfältigen Auswahl an Schmink- und Beauty-Produkten. Strahlende Vorfreude und der perfekte Weihnachtslook. Ebenmäßiger Teint für das dezente Christmastages-Make-up, farbintensive Party-Abend-Looks und vieles mehr. Täglich eine neue Beauty-Überraschung hinter einem der 24 verschlossenen Türchen zum Auftragen, Mattieren, Schminken und Betonen. Ideales Geschenk zum Advent. Befüllte Adventskalender für Frauen, Mädchen und Teenager sowie alle Beauty-Fans passen zu jedem Hauttyp. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.